Ich wohne direkt in Moosburg, so circa zu Fuß zwei Meter von der Akademie entfernt. Ich bin fast immer herunten, wenn ich Zeit habe, also mir macht das Golfspielen einfach Spaß. Ich bin durch meinen Tennistrainer auf das Golfspielen gekommen, der spielt als Freizeit auch Golf. Das ist ein guter Ausgleich zu Tennis und die Bewegung her ist ziemlich gleich. Ich bin gern herraussen und ich mache allgemein Sportarten mit Bällen sehr gern und es hat mir beim ersten Mal schon Spaß gemacht und es hat mir immer noch sehr viel Spaß. Ich habe letztes Jahr einen kennengelernt, mit dem spiele ich fast immer Golf, der hilft mir auch so, also in anderen Sachen, mit der Schule, als Lehrer und mit dem spiele ich fast immer. Also ich fahre mit ihm auch noch Turnieren, zum Beispiel letztes Jahr war ich mal in Kreisberg auf einem Turnier und ja, von meiner Familie her spielt so keiner, da bin ich der Einzige. Ja, erstens ist man immer draußen, weil wenn man so acht zum Loch geht, ist man meistens vier Stunden unterwegs. Also es ist schön, man sieht die Natur und es ist halt immer Sport auch. Ja? Ja. Und du bist gut begeistert? Ja. Okay. Ja. Da sind ja auch schon. Ja. 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 Vielen Dank.